Auch in der Steiermark sind heute die ersten fünf Personen geimpft worden. Sie sind alle Bewohner eines Grazer Pflegewohnheims. Das ist natürlich nur ein symbolischer Impfstart. Wesentlich mehr Impfdosen sollen in steirischen Pflegeheimen und Krankenhäusern in zwei Wochen verabreicht werden. Sie ist die erste Steirerin, die seit heute gegen Corona geimpft ist. Die bald 89-jährige frühere Kammerschauspielerin Gerti Pahl. Pahl hatte sich freiwillig zur Verfügung gestellt. Presse- und Kameraleute durften von außen zusehen. Zum Schluss Daumen hoch. Auch die Politik hat sich zur ersten Impfung eingefunden. Der heutige Tag ein Wendepunkt. Für mich ist die Impfung der größte Hoffnungsträger, um wieder ein wenig Normalität in unser Leben zu bringen. Damit verbunden sei auch die Hoffnung, dass sich möglichst viele impfen lassen. Wir tragen Verantwortung für uns selbst, aber wir tragen auch Verantwortung für die Gemeinschaft, für uns alle in der Steiermark. Seit einem Dreivierteljahr kämpfen die Mitarbeiter für den Schutz der Bewohner, sagt der Leiter des Hauses. Es war eine sehr schwere Phase. Unsere Pflegerinnen sind an der Grenzlast und freuen sich sehr über diesen schicksalsträchtigen Tag. Insgesamt werden heute fünf Personen alle aus dem Grazer Pflegewohnheim geimpft. Bis kommenden Dienstag werden es 40 sein. Richtig los geht es aber dann am 11. und 12. Jänner. Für 17.500 Interessierte und Freiwillige sind Impfstoffe vorhanden. Es kommen dann in den nächsten Wochen zusätzliche Impfstoffe dazu. Zuerst werden Hochrisikogruppen in Pflegewohnheimen und Krankenanstalten geimpft. In einer zweiten Phase ab Februar, März will man Personen über 65 impfen. Ab dem zweiten Quartal soll die Impfung dann der gesamten restlichen Bevölkerung angeboten werden.